was war das gestern ein wahnsinn aber jetzt haben wir zumindest das vertrauen von ihr muss das verlassen das war die choice nach fünf jahren mit choice preis zu reden war fast so eine emotion wie das wiedersehen für das dass ich es auf stop drücken könnte okay das kann man wieder fließen was ist neue zielsetzung gibt es das jetzt überhaupt ich musste schnell mit klo verlassen okay 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 supergirl let's go to my secret place don't even answer we have places to go and come on before mom starts some more shit let's bail it's kate marsh from blackwell big whoops you don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school i see how you roll so go ahead chat up kate marsh from blackwell i've got other people to hang out with two next on top later mom bye joyce freedom i feel bad about kate she'll survive you're not taking that one call now follow me young squire max so we can seriously tap your power and rule the world i hope kate doesn't get upset i didn't answer but i could rewind and answer ich muss ehrlich gestehen nein nein wo ist die kate diese ihr müsst jetzt eines entscheiden entweder ist die kate oder die kate für euch wichtig es werden momente jetzt kommen wo sie entscheiden müsst gehen wir kate mäßig oder kate mäßig oder kate mäßig und ich habe mich jetzt für kate mäßig und ich habe mich jetzt für kate mäßig und ich habe mich jetzt für kate entschieden dass man jetzt eine komplett andere geschichte werden kann das ob ich schon anfangs gesagt ich gehe meine geschichte mit der meggs ja Sophia es kann durchaus jetzt sein dass auch da jetzt doch in den tagebücher dann sicherlich was auch anders steht weil das meine geschichte ist und ich habe mich für diese geschichte erzählt als er entschieden 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 und es kann dann auch sein dass jetzt diese Personen auch andere sterben könnten entweder Kate oder Chloe und ja wie gesagt ich könnte zurückspielen aber ich will nicht ja ja ich wollte es jetzt nur einmal erwähnt haben ich gehe einen anderen Weg Alter was ist das jetzt kann durchaus sein dass jetzt auch eine andere Geschichte entsteht der andere Ausgang ja wait up Spie dude this is gonna be so cool slow down wait for me to get your present you can just back time up we'll have to test you now to make sure welcome to American Rust my home away from hell raw and rough it suits you Max do you know how awesome this is I get my best friend back and she's also supersized we don't know for how long exactly why it's time to have fun David might be a douche but you did steal his gun is everybody armed in Arcadia Bay now only the ones who shouldn't be like step dildo until now I'm not in the revolution yet Che you are the revolution Max so we should figure out how to best use and abuse your power with a test drink yuck you are so cute you haven't changed a bit okay let's do this can you find five bottles while I prep the shooting range beer and guns nice combo you can handle it now go find us five bottles ready please ah da werden wir fünf Bierflaschen suchen die Müllhalter ist eh groß genug naja schau naja ich wollte es jetzt nur wir haben die Müllhalter ist eh groß genug was wir erwähnt haben ein Wahnsinn was da eigentlich umeinander liegt oder soll man fünf Bierflaschen finden naja die Müllhalter ist eh groß genug groß genug hier Nein, ich will nicht da gehen. Ich bin auf der Suche nach einem Alkohol. Wo bist du? Hohoho. Wo ist das Bier, was da war, was eine Flasche? Pfff, stupid bottle. Scheiße. Ja. Da müssen wir das nicht lösen. Kiste. Bewegung. Ja. Ja. Also. Ja. Nehmen. Okay. Flasche Nummer 1. Eine Flasche. Oh, bottle number 1. 4 more to go. Wir haben einen Alkohol. Einen Alkohol gefunden. Hoho. Wo könnte der Alkohol versteckt sein? Schulbus. Den werden wir fotografieren. Das ist ein Schulbus haben wir fotografieren. Das ist ein Schulbus haben wir fotografieren. Und ein Tappeinbruch. Ah, Tappeinbruch. Einen Eintrag. Einen Tappeintrag haben wir. Einen Tappeinbruch. Huch, hu. Huch, hu. Huchu. Huchu. Okay. Naja, aber im ersten Teil haben wir nicht so viele Fotos gemacht, aber es ist... Es ist... Komma, jetzt wird er nicht erinnert mehr. Okay... Auf diesem Schrottplatz werden wir zum Alkoholiker Wir werden jetzt eine halbe Nacht Nach den... Spiridus... Suchen... Aha... Warte mal ansehen... Kein Weg! Ich erinnert mich total, als ich da war als Kind. Ich liebte die Hushpuppies. Jetzt ist das Signal nur Arcadia Bay Junk. Aha... Fotografieren... Nix... Aha... Ja Leute, wir werden hier den Spiridus suchen... Spiridus... Ist übrigens... Empir... Da werden wir die nassen Siegeln... Suchen... Wir haben ja die halbe Nacht Zeit... Wo könnte der Spiridus sein? Spiridus Sanctuste... Und die... Bote können wir auch anschauen... Aha... Anschauen... So sad to look at a grounded boat... I wonder who owned that and where they are now... Wir werden jetzt... Den Spiridus... Suchen... Alte Kamera... Oida Fuchs... Eggs... Yacht... Oida Fuchs... Ja du in Frieden, das kannst du wirklich sagen... Bei der Kamera... Waaaaaah... Ich habe Duscht... Wo ist denn Alkohol...? Eine alte... Oot... Was war das... Schwert... Es, 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 es... Das ist das schrecklichste Ding hier. Ich weiß, dass es hier ein Bonfire-Spot gibt, wo die Leute hier partytieren. Ich wundere mich, wie viele Generationen von Fashion durch diese Waschmaschine ging. Wo sind tief... Ahhhhhh. Ja, das wird leicht. Das wird leicht. Irgendwas da oben verlacht. Ja. Waren. Wie ein... so was von Affig. Newberg ist 500 Kilometer. Ja, verdammt, in deiner werden wir. Wir brauchen... zu spät. Egal, auf geht's, Affe. Zu spät. Da brauchen wir... Ja, verdammt, in deiner Kiste werden wir es. Wie das. Da ist ein Degadantelohren. Okay, das sind so diverse... Meils. Ich weiß, dass es was zu lesen für euch. Das ist wieder... ...was zu lesen für euch. Mhm. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Die Waschmaschine noch immer schon angeschaut, ja. Das ist ein Wahnsinn, wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Da oben vielleicht? Graffiti, Wahnsinn. Danke für die Tipp. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Das ist ein Brett. Die, die, die. Ich habe immer die Lichter. Das habe ich mir ja fast gedacht. Wahnsinn. Hm. Ich könnte dieses Board als Brüge benutzen. Das sieht nicht zu schwer. Als Brücke benutzen, das hätte ich mir eh fast gedacht. Ah, ja, da oben. Wahnsinn. Ich hoffe, ich könnte auf dem Boot von einem höheren Ort kommen. Wie ich werde dich haben. Stuhl. Das ist, äh... Spritzen. Oh, gross! So disturbing to see old syringes on the ground. Man findet da wirklich alle Hand Sachen. Da war ein Stuhl, oder? Da war doch ein Stuhl. Waterfrag. Wahnsinn. Every car has its own tail in history. Alte Puppe. Scheiße, ja. Fuck. Aw, poor thing. They left you here all alone. Okay, tatsache ist, ich brauche jetzt irgendwas, dass ich die Flasche da oben kriege. Aber nur wie... Flasche. Das ist ein Stuhl. Scheiße, wie geht man da rauf? Sprit. Was ist denn Stuhl? Warte. 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 Was ist der Stuhl? So, einmal. Da da da, da da T-Shirt, da. Alte Kamera, da war die Waschmaschine. Butterflug. Da da da, da da da. Wow, Sir. Das sieht genau wie das gleiche Dough aus meiner Tornado-Vision. Wo ist das Reh? Wo ist der Reh? Wo bist du? Das Dough ist der perfekte Photo-Op. Da. Ah, da ist es. Baumstampf. Setzen, aha. Ja. Ja, vor der kann vielleicht was. Okay. Okay. So, mal. Die, 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 die. Ja, da hört uns. Baumstampf kann man sich setzen. Baumstampf. Es ist so quiet and primordial out here. Ich fühle mich immer, wie die Forrest is whispering zu mir. Wie Arcadia Bay is trying to tell me something. Ich muss einfach die Message herausfinden. Oh. Nicht schlecht. Wo könnte verdammte Flasche sein. 142. Ja, Leute. Wir sind doch immer auf der Suche nach Bierflaschen. Wir brauchen fünf. Fünf Stück. Die, 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 die sind verdammt nochmal gut versteckt. Eins muss man noch lassen. Die haben sie wirklich gut versteckt. Das haben sie geschmähtig gemacht. Das ist noch immer Life is Strange. Die zweite Episode. Wir sind nach einem Spiridus Sanctus unterwegs. Ich suche noch immer nach Bier. Nach ein Bier. Ich weiß, dass es ein Bonfire-Spot gibt, wo die Leute hier partytieren. Ich weiß, es gibt einen Bonfire-Spot, wo die Leute hier partytieren. Ich will nicht so gehen. Ich will nicht so gehen. Nein, ich will nicht so gehen. 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 Nein, 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 nein. Das Problem ist nämlich jetzt eines. Die Flasche ist da oben. Die ich meine. Und zwar genau da. Ich bin so. 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 Ja. Ich bin so. Ich bin so. Wir kommen. Wir kommen. Woher kommst du auf das Boot? Das ist die nächste Frage Patronenhülse Das ist wie Schuss Die warten noch immer auf die Bierfrau schlundig was Ah, ah, bitte Totl Da kann man ja rauf gehen Okay Warte sicher leidig der voll Ah, ah, ah Da, 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 da Das war ein Schild Warte Football The Bigfoots were here Okay Du, 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 du Du, du, du Du, du, du Bewegen Ja, dann bewegen wir's Ja, dann bewegen wir's Way heavier than I thought Wahnsinn, das ist die Story Und jetzt soll ich da einsthaft rüber gehen Und jetzt soll ich da einsthaft rüber gehen Ja, mir bleibt eh nix anderes rüber Da, 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 da gehen wir da geschmeidig rüber Da nehmen wir die Flasche Nummer 3 Da ist zwei verschwunden, dass ich hier eine Flasche im Heuer finden Da ist recht, Mädchen Wo du recht hast, hast du recht Da kann man sich setzen, da nicht schlecht Da dürften sich ja noch einmal Pizza gegessen haben Pizza gegessen haben Das Brink kann man da nirgends runterfallen Setzen Rüchte ja gleich zuhaum Das Brink kann man da nirgends runterfallen Setzen Das Brink kann man da nirgends runterfallen Das ist ein steampunk Es fühlt sich eigentlich als Kleine und unsere Kinder wieder Wir sind wiederholt und blöden unsere Zukunft Despite all das Chaos und Bullshit Ich fühle mich so gädig mit ihr wieder Ich bin so glücklich Ich bin so glücklich Ich bin so glücklich Wir sind beide zurück in Zeit Ich bin so glücklich Ich bin so glücklich Na ja, gut, das sind jetzt noch zwei Flaschen Trotzdem muss man mal eine Flasche finden Das steht da Drei haben wir Zwei Bauen wir noch das einzig gute ist dass man da nirgends runterfahren kann das ist einzig gute menschen sehen alleine hier auf einen otter frack friedhof oder was auch immer das da ist es eigentlich eine wahnsinnig da kann man da drauf ich weiß dass es ein bonfire spot wo die Leute partyen hier ich vorstelle aber da wohl ha ha Mädchen wohl so jetzt ist natürlich die frage wo die restlichen zwei sind die restlichen zwei es ist ja eigentlich wahnsinn da schicken sie die da um fünf bierflaschen und du suchst jeden zentimeter ab und suchst dich bierflaschen auf das musst du mal kommen das die können ja jetzt überall sein das ist ja das problem ich wollte ja 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 mädchen ist schon gut die geht nicht weiter das haben wir sie schon geschaut da könnte ich erst zwei flaschen sein warte mal drei flaschen gefunden zwar sind verschwungen es kann ja theoretisch auch sein dass es auch nur drei gibt gibt es doch nicht dass sie hat definitiv fünf aber ich weiß dass es ein bonfire-spot ist, wo die Leute hier spartieren Die Feuerstelle, wo ist die Feuerstelle? Hätte man auch sein, hätte man das Bier versteckt. Ne, ich meine, Möglichkeiten hat man da genug. Möglichkeiten hat man da genug, bitte. Da hat man genug Möglichkeiten. Wo waren wir da jetzt eigentlich noch nicht? Die Feuerstelle war da. Nicht sagen, dass wir da jetzt rauf gekraxeln müssen. Einat. Die sind aber jetzt wirklich gut versteckt. Das muss ich ihnen lassen. Das muss ich ihnen lassen. Die sind wirklich gut versteckt. Wo könnte der Spiritus sein? Und wenn ich die halbe Nacht suche? Hoffe nicht aber... Hoffe ich natürlich nicht. Kleidungsstück Das ist eigentlich sehr wunderschön Waschmaschine Ich weiß, dass es ein Bonfire-Spot gibt, wo Menschen hier beendet werden Diese zwei Alter, was ist denn das alles? Bist und deppert Wahnsinn Wahnsinn, was da alles umeinander liegt Das haben sie wirklich gut versteckt Das haben sie wirklich Was ich ihnen lassen Baumstumpf Das muss ich ihnen wirklich lassen Diese Bierflaschen haben sie wirklich gut versteckt Uh, was ist denn das da oben? Biene 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 Ja, das ist jetzt natürlich eine Sache für sie Ja Das ist jetzt eine Sache für sie Biene 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 it Biene 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 исс Biene mit Bewuß, bewusst, er weiter eine abklipse dj Hollywood Place, 300... äh 35 Dollar eintritt Keine minderjährigen... da ist soa, Lasershow Büut Dudi ditu ditu Eine Flasche Bier fehlt mir Und dieses werden wir im nächsten Video suchen. Okay, gedeppaste, ciao.